Familie Sommer fliegt in den Urlaub. Endlich sind wir da, Mami. Ja, Schatz, wir sind endlich angekommen. Hurra, hurra. Die Autofahrt war so lang, nicht wahr, Schatz? Oh, ja. Aber kommt jetzt, lass uns reingehen. Lea, kommst du? Ja, ich komme, Mama. Okay, wenn ich jetzt eurer bitten dürfte, könnten Sie es in einer Reihe aufstellen und einmal durch das grüne Tor gehen. Dankeschön. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. So, und jetzt legen Sie bitte die Koffer auf das Kofferband vor Ihnen. Dankeschön. Würde da jetzt auch bitte der Herr kann die Koffer auf das Band legen. Okay, dann können wir ja jetzt zur Kofferabgabe gehen. Mami's Koffer ist schon drauf und jetzt kommt noch deine. Guck mal, das Kofferband bewegt sich, Mama. Und jetzt ist unsere Koffer gleich weg. Und jetzt. Ich fahre jetzt zum Flugzeug. Angekommen. Mami, Papi, gehen wir jetzt auf die erste Etage zum Gucken? Ja, da gehen wir jetzt hin. Guck mal, Mami, da sind doch ganz viele andere Passagiere. Ja. Ja. Ich möchte mit Mami alleine fahren. Ist das okay, Papi? Ja, das ist okay, Schatz. Die Türen schließen. Und hoch. Angekommen. Der Fahrstuhl kommt wieder runter. Zu euch. Okay, Mami, jetzt können wir einsteigen. Und hoch. Auch ankommen. Guck mal, da ist der Papa, Schatz. Yay, jetzt sind wir oben. Boah, ist das hoch, Mami. Mami, darf ich dazu diesem Fernrohr? Ja, Schatz. Papi, hältst du meinen Teddy? Ja, Schatz. Ui. Ui. Können wir noch auf die andere Seite gehen? Ja, okay. Komm, lass uns hingehen. Uh, der Weg ist aber ganz schön lang. Guck mal, Schatz, hier ist auch so eins. Nein, ich möchte aber da hinten hin. Okay. Hier hin, Süße? Ja, da hin. Mami, ist das unser Flieger? Ja. Da steigen wir gleich ein. Juhu.